Ohne, hetzig kommt zu einem neuen Video. Wie am Titel lesen konntet, wir spielen in diesem Video Minecraft und machen einen Speedrun. Das war wirklich mein erster Speedrun und es war komplett lost. Das war von uns allen der erste Speedrun, also verlang nicht zu viel. Auf jeden Fall habe ich mehr vor, auf diesem Kanal jetzt wieder MC zu bringen, aber halt anderer Form, nicht so wie damals. Wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Lasst ein Like da, viel Spaß bei dem Video. Okay, los, 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 los. Let's go. Apart. Also dann Fabian, Finn, du gehst da rein und dann treffen wir uns gleich wieder. Äh, Daumen, Tate hier, Bench. Aber Unendlichkeit, Lul. Unendlichkeit? Ja. Am besten müsst ihr irgendwo noch einen Lavasee finden. Ich habe auf jeden Fall schon mal sechs Iron. Warte, das ist noch ein Tempel? Ne, ach, das ist das Dorf, ne, lost. Ja, warum sind da so zwei so hohe Dinger? Ist das irgendwie ein Tor oder so? Oh, Finn, Heubeilen abbauen für Brot. Wir brauchen unbedingt Kies, Finn, kannst du noch nach Kies gucken. Wir brauchen nur einen Kiesblock. Und den dann so lange, bis wir Flint haben. Oh, ja, ich höre Lava. Echt? Oh, ist das ekelhaft. Ah ja, hab, Ben bei mir, ja, hab. Bummis. Okay, Jungs, kommt her. Okay, komm, komm, komm. Wir müssen in so ein netter Stern gehen. Jungs, das ist jetzt lachhaft. Was ist? Ah, guck dir die Dings an. Welche Dings? Oh, Mann. Äh, doch, da ist ne Festung, lol, genau bei uns. Da ist ne Festung. Los, Abfahrt. Ich werd vergewaltigt, bitte, Hilfe. Lauf einfach hoch, lauf einfach hier hoch. Wir können uns verfolgen, glaube ich. Ja, natürlich können wir uns verfolgen, aber wir müssen hier durchziehen. Okay, kommt mit, kommt mit. Warte, habt ihr euch das Portal aufgeschrieben? Oh, nee, gar nicht. Hey, wir haben mir überall Koppel platziert. Glaub nicht, dass das so schwer ist. Lass überall ein bisschen so orientierungsmäßig Koppel platzieren. Daumen hinter dir... Oh, Junge! Wo ist jetzt die Scheißfestung? Da! Bist du blöd? Lass mal Goldrüstung machen. Ja, vielleicht finden wir gleich welche. Oha, stimmt, wir können ja auch in der Enderfestung... Ne, Enderfestung sag ich schon, Enderfestung. Wer? Was war das? Ach, schon ne Blaze. Ist der Spawner genau über uns? Ist hier ein Spawner über uns? Ganz werte Geschichte. Wir brauchen halt... Wir brauchen halt einen Bogen, ne? Ich hab einen Bogen. Ach, scheiße, wir haben kein Schild. Hier Spawner. Ich hab einen Cordon. Oh mein Gott, ich brenne. Ich platz hier mal in den Cordon. Du musst ein bisschen ruseln. Digga, was ist das? Ich bin tot. Ne, oh mein Gott. Du musst da richtig nicht rein ruseln. Oh mein Gott, das Wasser geht weg. Wie das Wasser geht weg? Geht weg. Guck mal, Mann, einmal ist weg. Der ist verbraucht. Gucken wir den Cordon an. Wir hätten Schild craften müssen. Ich hab noch Eisen und Holz. Ja, dann, let's go. Ich weiß nicht, wie man Schild craftet. Ich glaub einfach... Ich weiß nicht. Gut. Für wie viele hast du? 2. 2. Ja. Und das Bonskelette. Ja, Jungs. Ja. Getropped. 6. Oh, ey, schlag mich, Jungs. Ja, ja. Dann lass zurückgehen und noch mal ein bisschen nach Eisen gucken. Wir müssen auch Ränder perlen. Wir brauchen eigentlich so ein blaues Bion. Ich muss nicht gegenseitig schlagen. Hat die gedroppt, nein. Ja, ich will trotzdem gleich nochmal in eine Overworld gehen. Ja, dann müssen wir eh. Okay, ich wurde angezündet, also. Ja, ich krieg keine Effekt, ne? Oh, oh. Fett auf rein, lauf! Die machen nicht viel damage. Wenn ich brenne. Bau zu. Komm, ey, auf einmal her. Hier, 2. Digga, 2 von den Fetten, ich meine. Hat die gedroppt? Weiß ich nicht. Wollen wir noch 8. Äh, von wo kamen wir? Äh. Das war nicht schwer, warte. Ja, von hier, ne? Ich freue eben nochmal alles ab. Ach, wir kamen ja von hier unten, ne? Ja. Ups, hier hängt wer drin. Nicht nur einer. Hier sind, äh, 2. Ich hab Bogen. Also, aber ich hab nur einen Pfeil, ist das Ding. Aua. Aua. Wow. Hat der, hat der doch gedroppt? Nein, hat er nicht. Ja, dann wäre es jetzt von der Explosion kaputt gegangen. Ich hab schon wieder keine Ahnung, wo ich... Oh, Mann. Es ist so, so nervig. Also, ach so wirklich, ne? Also, ich hab auch keinen guten Orientierungs-Singer. Junge, ey. Dann kommt Kimme. Weißt du wirklich, ne? Der ist einfach ein Navi. Ein Mensch. Ich glaub, hier rum jeder Gang sieht gleich aus. Bau dich einfach oben raus. Hallo. Hallo. Wo bin ich? Oh. Oh. Bin ich? Hier bin ich. Bin direkt beim Dorf. Ja, können wir jetzt pennen kurz, einmal schnell? Geht schlecht. Viele so viele Viecher. Achso, stimmt. Aua. Wo waren jetzt nochmal diese scheiß Becken? Junge, ey. Oh, wie ist das? Ich werde sehr gewaltig. Ah, zwei Babys. Ich hab' mit Ping-Pong gespielt. Ich hab' nicht hier. Drei Babys? Vier... Nee, nee. Ja, wir sind heute los. Ich glaub, das wird nix mit dem Speedrunner. Ich würde neu anfangen. Guck mal, wie schlecht ihr... Oh, hast du die Tür aufgemacht? Nein, wegen dem Scheiß-Essen. Also, Oli bekämpft sich gegenseitig. Bin ganz low. Ich habe jetzt eine Rei. Okay? Die Tür wird nix mit dem shove. Untertitelung des ZDF, 2020